brak gegen bayern so wie war der jenis bei unterlag real 10 zu 2 spielte zwei zu zwei gegen schon so beide warten auf den ersten dreier jetzt wird aber auch der neunzig spüren oder muss ich so machen scheiße das habe ich immer noch nicht so muss immer aufschreiben nichts passiert ich habe es in die reserve gegeben sorry muss ich dann noch ein spiel gleich machen so das ist egal okay wenn ich das große wäre ich noch mal ausgestiegen sorry mich so 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 Ich dachte, wenn sie auf Reserve sind, ist das egal, weil sie quasi weg sind. Okay, mein Fehler wieder, sorry. Starke Tube. Ja, das wäre jetzt los von mir. Ja, das wäre jetzt los. Da, das wäre jetzt los. Oh, oh, oh. Alter, ich konnte nicht schießen. 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 Der Tor für den FC Bayern München Die Nummer 8 Timo Werner Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Applaus 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 sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein, macht's gut und ciao. So, ich mache das jetzt noch vorzeugen. Und vor allem gleich. Okay, Leute, ich kann den nicht entfernen, so wenn ich spiele. Kann ich nur auf Reserve lassen oder irgendeinen, weiß nicht, 56 oder so rein transferieren und halt den raus. Was meinst du? So muss es sein. Naja, aber wenn ich jetzt einen anderen Spieler dazunehm, ist der dann hoffentlich nicht illegal. Wenn er in der Reserve ist. Okay. Dann nehmen wir den gleich. Okay. Ja, das habe ich wahrscheinlich nicht gemerkt. Ja, das habe ich wahrscheinlich nicht gemerkt. Ja. Stimmt, da gebe ich dir recht. Na gut, macht's das gut. Gute Nacht. Ciao. der duellente,